Diese kleiner geschriebenen Noten, die vor anderen Noten stehen, sind Vorschläge. Es gibt zwei Arten von Vorschlägen, kurze Vorschläge und lange Vorschläge. Die kurze Vorschlagsnote erkennt man daran, dass ihr Fähnchen durchgestrichen ist. Der lange Vorschlag wird auch Vorhalt genannt. Besonders in der Barockzeit wollte man Dissonanzen mit dieser Schreibweise ein Stück weit verbergen. Hugo Riemann hat allerdings schon 1882 in seinem Musiklexikon geschrieben, dass diese Schreibweise eigentlich veraltet ist und nicht mehr gedruckt werden sollte, um die Leute nicht zu verwirren. Aber bis heute findet man sie immer wieder in Noten, besonders in Urtextausgaben. Die Vorschlagsnote wird bei der Takteinteilung nicht mitgezählt. Das heißt, wenn in einem Viervierteltakt schon vier Viertelnoten stehen, können trotzdem noch Vorschlagsnoten hinzugefügt werden, obwohl es mathematisch dann eigentlich nicht mehr passt. Die lange Vorschlagsnote wird so lang gespielt, wie ihr Notenwert das anzeigt. Eine Achtel-Vorschlagsnote wird also wie eine Achtelnote gespielt. Dieser Notenwert wird jetzt von der Hauptnote, vor der die Vorschlagsnote steht, abgezogen. Diese Viertelnote wird also nur noch wie eine Achtelnote gespielt, sodass die Takteinteilung mathematisch wieder aufgeht. Die kurze Vorschlagsnote wird üblicherweise so kurz wie möglich gespielt, wobei der Charakter des Stückes berücksichtigt werden muss. Das Jahrhundert Das Jahrhundert Das Jahrhundert Sie in Jessie